Theater ist Gemeinschaftsarbeit und deshalb würde ich gerne als allererstes mein Team zu mir aus dem Bildern und passt an, Josch! Wir stehen immer auf dem Theater, wenn wir auch zuletzt im Ernst erstochen werden. Das ist die Geschichte, die Sie hier nie erzählen dürfen. Wir fahren da nicht hin, um den Kindern irgendwie Klavierspielen beizubringen oder Geige oder... Wir sind eine Band. Im Grunde sind wir eine Band und wir gehen auf Tour nach Asse können. Da soll nächste Woche eine Demonstration stattfinden. Der Präsident, der möchte nämlich die Verfassung ändern, um länger abzubleiben oder so. Das ist doch alles selten und ich dachte, Robespierre, der verteilt das. Da stehe ich in der Angst und erwarte und auf der Straße schierst du. Revolution! Vergesst die Revolution. Vergesst die Auftrag. Vergesst die Kunst. Was geht euch in China für Assau an? Sie schreiben ihre eigene Geschichte. Das Ende der Revolution. Ich sanier sie. Ich sanier sie auch. WM 1. 2. Säger.